Okay, sind wir zurück zu einer Runde Stardew Valley, nach einer ganzen Woche Pause. Schon leider schon erst gefüttert. Ähm, nein, die werden erst nach dem Stream gefüttert, weil jetzt ist noch ein bisschen früh. Irgendwas Interessantes im Wetterbericht. Es wird morgen den ganzen Tag auf der Gegenwehrinsel regnen, das hilft uns aber nicht wirklich, glaube ich. Geister sind gut drauf. Genau, wir hatten den, wir hatten den, hier, wir hatten, genau, ich erinnere mich, wir haben ja letztes Mal gecraftet und wir haben, für irgendwas haben wir noch Quarz gebraucht. Das Problem ist aber erstmal, dass wir jetzt die ganzen Sternfrüchte unterkriegen müssen. Zum Glück ist das meiste, okay, das ist tatsächlich besser als erwartet, weil das meiste ist tatsächlich noch vom, äh, vom Frühling noch komplett, äh, vorbereitet. Eigentlich nur hier oben der Teil, der, äh, neu gemacht werden muss. Oh, Creative, mir fällt gerade auf, wo du gerade hier bist. Du kannst dir mal überlegen, was dir beim Skripten für deine DV-Karte gefehlt hat. Mädchen steht jetzt im Hintergrund immer lauter kriegen, weiß man, dass da so schnell reinläuft. Also, abgesehen davon, dass die ganze zwei Räume weiter sind, machen Schinds tatsächlich gar nicht so viele Geräusche. Also zumindest nicht, also, klar, du hörst sie, wenn sie laufen, vor allem wenn sie schneller sind, weil im Fall von dem Jumper einfach riesig und schwer sind, dann hörst du jede Bewegung, die die machen, aber, dass die wirklich von sich aus lauter machen, ist, äh, eher weniger der Fall. Was haben wir hier? Okay, wir müssen irgendwann mal Abigail besuchen. Also, das heißt, meinst du selber eine Antwort auf die Frage? Nein, deswegen ja. Ähm, hatten wir nicht mehr von dem... Okay, doch, wir haben das ganze Geschwindwachs, haben wir da. Wir können ja auch jetzt, äh, zwischen den, äh, hier, zwischen der Insel und so hin und her reisen, wie wir, äh, fröhlich sind. Aber erst mal jetzt hier die 99. Ähm, also am 14., aber wenn wir düngen, müsste es ein gutes Stück früher sein. Düngen müssen wir ja zumindest nur einmal. Weil es wird endlich Zeit, dass wir Geld machen hier. Wieso stellst du mir die Frage? Ist doch, ich weiß, was ich ins Kript geschrieben habe. Du weißt doch hoffentlich noch, was du für Probleme hattest, die vielleicht lösbar, äh, gewesen wären, oder leichter lösbar gewesen wären, wenn du nicht irgendwie die ganze Funktionen selber hättest designen müssen. Und dann ist das mal ein bisschen... Das ist ein Schiff. Ja, ich meine aber nicht Sachen, die von deiner Seite aus optimieren, sondern halt vom Spiel aus selber, dass die ganze Skriptsprache ein bisschen robuster ist. Hi Mori, willkommen zum Stream. Oh, hier unten ist es auch. Müssen wir gleich gucken, ob wir überhaupt genug... Wobei, wir haben jetzt erstmal ein Viertel von den Pflanzen gesetzt. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt so viel Kapazität haben hier. Der erste Tag in der Saison... Also irgendwas, um besser und schneller zu säen, wäre vielleicht ganz sinnvoll gewesen fürs Late Game. Weil das ist so... Der erste Tag in der Saison ist deswegen immer super stressig. Vor allem, wenn du halt willst, dass deine Pflanzen einigermaßen synchron wachsen und halt nicht irgendwie die eine Hälfte am einen Tag und die andere Hälfte am anderen ist. Vor allem jetzt hängt ja halt auch daran, ob ich eine dritte Ernte machen kann oder nicht. Also, ich weiß gar nicht, ob ich eine dritte Ernte machen kann, ob ich eine dritte Ernte machen kann. Also, ich weiß gar nicht, ob ich eine dritte Ernte machen kann. Nein, ich weiß gar nicht, ob ich eine dritte Ernte machen kann, ob ich eine dritte Ernte machen kann. Und dann ist eh wieder alles schrecklich. Also, wenn die Junimos wenigstens schon mal den Dünger verteilen könnten, das wäre auch geil. Weißt du hier, dass das Feld schon mal bestellt ist? Das kann man theoretisch zumindest, wenn man davor was gepflanzt hat, was das halt belegt hält, kann man das ja wenigstens damit halt vorplanen. Aber das hier mit dem Dünger, das... Ich glaube, die Junimos sollen sich mal hier ihren Lebensunterhalt verdienen. Ich lasse die immerhin hier auf der Farm wohnen. Zeichenlimit vom Skript. Ja gut, wobei das Zeichenlimit wahrscheinlich auch nicht so ein Problem wäre, wenn du halt manche Sachen einfach über eine Ingame-Funktion lösen könntest und nicht über eine, die du selber geschrieben hast. Was ich jetzt angefangen habe, ist Ingwer-Shot. Aber ich glaube, das ist auch nicht gesund, wenn ich das in der Menge mache. Ja. Na, die Minecraft-Belonung ist dann noch an, ja. Äh, ist halt so. Das finde ich ehrlich gesagt auch etwas, was Twitch längst mal hätte nachbessern können, dass man die Belohnungen nach Spiel irgendwie oder nach Kategorie einstellen kann. Ach stimmt, Sam läuft ja auch noch hier rum. Wir sind ja jetzt verheiratet. Na, Saves sind auch so eine Sache. Das stimmt. Wobei Vars-Saves, finde ich, auch nur nötig sind, wenn es keine bessere Lösung gibt, um die Variable zu behalten. Ja, das stimmt. Moment, so den Käse benötigen wir gerade nicht. Hilft Sam auch auf der Farm? Ähm, was er macht, ist halt alles die Sachen, die du eh automatisieren kannst. Also, Tiere füttern. Ähm, ich glaube, Zäune und so repariert er. Also gut, Zäune reparieren ist schon nice. Wird halt überflüssig, sobald wir die goldene Uhr haben. Er gießt die Pflanzen, aber das macht, ist halt auch sinnlos, wenn, ähm, was mache ich denn hier? Wenn, ähm, hier, ne? Wenn, ähm, ich schon Sprinkler habe. Boah, hier sind aber auch so viele Felder, die nicht gedüngt sind. An der goldene Uhr, du meinst mich, Michael? Ja, es gibt ja die goldene Uhr vom, ähm, vom Zauberer. Und die sorgt dafür, dass, äh... Da haben wir ja schon mal festgestellt, dass, äh, die... Dass die Zeit nur noch so weiter geht, dass nichts Negatives passiert. Weil halt nichts mehr der Farm Schaden zufügt. Timer waren von mir auch eventuell nicht optimal. Wenn du gut, man muss halt so sagen, viel war ja bei deiner Map auch einfach... Damit die mal einer Copter-Steuerung funktioniert. Ja, ich glaube, wir müssen uns mit, äh, mit so 600, 700 Sternenfrüchten zufrieden geben hier. Der letzte ist... Ja, ich weiß ehrlich gesagt auch schlicht, wie ich, äh, wie, wie, was, äh, wie ich weitermachen soll ohne meinen treuesten Zuschauer. Aber gut, Klinik ohne, äh, ohne, äh, Handy wäre halt auch echt fies. Also gerade bei der, bei der Dauer, die du mir genannt hast. Huch. Ah, 700. Weißt du, Sam hilft nicht. Die Junimos sitzen nur auf ihrem Arsch. Also... Was ist gerade hier? Echt... Echt schlimm. Also wenn ich nochmal ein paar Mods mehr installiere, zum Beispiel sowas wie, äh, ne, Stardew Valley Expanded möchte ich auch irgendwann mal spielen. Irgendwas, das, äh, Pflanzen angenehmer wird, wenn von der Mod selber nicht irgendwie schon irgendwie so ein Upgrade kommt. Ja, scheint, als würden wir zumindest auf 750 Pflanzen kommen. Und dann am 10. müssen wir ja, ja, nur pflanzen, da brauchen wir ja nicht, äh... Was, den Dünger behalten wir mal. So, wir wollten am letzten Mal irgendwas craften. Wissen wir noch, was das war? Das Solarpanel war es, oder? So, Dornenring war Gold, Barren und Knochen von Stein, Glühsteinring. Hofrechner, Geodenbrecher, Knochenmühle haben wir. Hier die Sachen hatten wir auch alles durch, meine ich. Das Blumenfass. Mohnsaat, Sommerschmucksaat, Tulpenziebel, Zierlauchsaat. Okay, das ist kein Thema, sobald wir Pierre's Liste haben, dass wir die Sachen, die Samen immer kaufen können. Es ist 0 Uhr mitten in der Woche und es bestätigt sich, dass eine Arbeiter-Fause nicht mitmachen. Ja, wenn ich welche hätte. Liderieren, ja, das ist eine gute Idee. Warte, was schreibst du da gerade? Der direkt, äh, dass man direkt hat Zugriff an alle Objekte eingeschafft, von dem Ingame-Objekt, die Probleme entstehen lässt. Ähm, was hatte ich denn gesagt? So, der Dornenregel braucht 50 Steinen und 50 Knochen. Moment, das müsste ja echt hier drin sein, ne? So, das Solarpaneel packen wir mal da hin. So, wir schlafen jetzt eh ein. Seit ich jetzt hier nicht zurückbinden, du deine Minecraft-Welt jetzt noch hast. Darfst du mich nur, weil dir will, wenn das meine Schuld ist. Ähm, Inventorio war aber nicht deine Schuld. Ach, Moment, ach, zuerst hier und deswegen... Ich hab die Pflanzen für dich gegossen. Wir haben eine Sprinkleranlage, Sam. Ganz ehrlich, das ist so ein bisschen etwas, was hätte Concerned, ey, beruhig... Das kann er... Was hab ich jetzt gemacht? Nein. Das kann er ruhig 1,6 ein bisschen anpassen, dass die Ehegatten nicht alle wirken, als wären sie auf beiden Augen blind und doof. Ja, etwas gehört, das ich gefunden habe. Ähm, ja, du schickst mir einfach mit See-Igel mal random in der Post. Und ist nichts selts. Nein, nein. So, was haben wir hier? Eine unheimliche Statue und ein Lagerfeuer. Ähm, komm, offenes Feuer einfach mal hier und die unheimliche Statue. So, als nächstes wäre dann hier, dass wir eine Blume hier hinsetzen. So, wir haben hier Sternfruchtgelee, ne? Wir haben jetzt aber gerade nicht die Mittel, um das hier aufzufüllen. Wenn du stirbst, will ich dabei sein, aber... ...wirst du stirbst wegen irgendwas, was ich geschrien war. So, das ist hier. Nein. Jetzt packen wir auch mal hier rüber. Ähm, pass auf. Was war hier alles? Die Mango mochte Leo. Zu dem sollten wir auch öfter nochmal hingehen. Eveline war auf 10. Ich bin schon wieder... Leo, Alex. Ja, Alex hatte die... ...hatte ja hier die, äh... ...die ganzen, äh... ...kassen Bedürfnisse. Oh, hoffentlich hatte jetzt keiner am ersten Geburtstag. Aber da hätte ich eh keine Zeit gehabt. Also, es wäre fies, wenn Concerned App dein Geburtstag hingedächtet. Jazz, Gus... ...Maru, Alex. Okay, bei ihm sollte es dann also genügen, wenn wir ihn einmal beschenken. Ähm, ansonsten Pierre, Carolyn, George. Und Leo halt. Dann haben wir auch eigentlich fast alle... ...hier als, äh... ...best Friends. Ich habe auch das Wasser für Firestar aufgeführt. Das ist tatsächlich mal sinnvoll, weil das vergesse ich ständig. Ähm, was magst du als aus der... ...Kaktusfrucht? Pizza mag er gerne. Weil wir müssen ihn ja jetzt, äh... ...ohch noch ein bisschen mehr beschenken. Warte. Küsschen. Ja, seht ihr, da habe ich nämlich ein Feld vergessen. Und deswegen ist das nicht mehr synchron. Wenn du dann ein Clickbait machst, wo du sagst, du hast deine X-Jahre Hardcore-Welt verloren. Da hast du mehrere Millionen aufgebaut. Dann werde ich auch Fan werden, wenn ich... Ich finde das nicht, dass ich... ...wieg dir gestorben. Pizza mit Ananas. Ähm. Ja, habe ich keine starke Meinung zu. Also ich würde selber nicht bestellen, aber... Lass die Leute doch einfach essen, was sie essen wollen. So, Melone brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht, ne? Nein. Gott, verdammt. Tomaten. Okay. Nehmen wir mal zehn Stück. Blaubeeren. Müssten wir eigentlich auch noch haben. Peperoni. Müssten wir eigentlich auch noch haben. Weizen. Radieschen. Haben wir eigentlich auch alles, äh... Wird es gemacht? Mohn. So, die hier ist interessant für, äh... Für Dings. So, Hopfen. Brauchen wir für helles Bier. Brauchen wir für eingelegten Hopfen. Brauchen wir für Polykultur. Brauchen wir für volle Lieferung. Wächst an einem Gerüst, aber das ist kein Problem, weil unsere Junimos sich darum kümmern können. So, Mais. Besitz 25. Ach stimmt, wir können uns auch den Besitz anzeigen lassen. Besitz 12. Spaparoni besitze ich 39. Ähm, okay, wir besitzen tatsächlich keine Blaubeeren. Holen wir also auch mal welche. Tomaten. Sitzen wir 20. Ne, wir sitzen von der Saat. Wir sitzen mit 20, ne? Und wir sitzen auch so 20. Ähm, Millionen. So, aber ansonsten haben wir jetzt eigentlich gar keine so konkreten Pläne. Ich meine, unter Umständen brauchen wir noch bestimmte Fische. Oh Pferd, was sollen wir denn auf die Strecke mit dem Pferd? So, unter normalen Umständen könnten wir die hier nicht, in der Mitte nicht ernten, aber das ist okay. Weil die Junimos ja durch Wände gehen können. So, und da ist, äh, so ein Blaubeeren. So, was das als Song gibt. Natürlich. Was dachtest du denn? inherent ziel Telein. So, was ist, äh. So, was ist, äh. So. So, das. Dann haben wir irgendwas. Wie sieht es mit kochen aus? Überbackener Blumenkohl, einfach mal Blumenkohl und Käse. Da haben wir keinen Blumenkohl. Haben keinen Blumenkohl? Weil Käse haben wir. Gotteslachs, Brasse und... Wann gab es denn die Brassen? Ich glaube, das ist doch jetzt ein Sommerfisch, meine ich, oder? Jede Jahreszeit, 18 bis 2 Uhr. Stadt und Waldfluss, also nicht mal schwer zu kriegen. Pastinakensuppe, Essig, Pastinaken und Tierprodukte. Essig müssen wir, glaube ich, bei Dings kaufen, ne? Wurst das Brötchen. Strandschnecke und Weizenmehl. Warte, kann ich das Pferd jetzt eigentlich mitnehmen, wenn ich jetzt den Oralisken habe? Nee, kann ich nicht. Das war der falsche Obelisk. Aber wo wir schon mal hier sind, können wir Kaktusfrüchte mitnehmen. Da freut sich Sam. Also immer dran denken, für euren eigenen Sam zu Hause, immer mit Kaktusfrüchten füttern. Ein paar Stacheln stören... Ach, warum sollen denn Stacheln stören? Das ist doch das Beste an einer Kaktusfrucht, oder nicht? So, wir brauchen keine zusätzlichen Samen mehr für Ancient Fruit, das ist schon mal sicher. Stimmt, wir brauchen das Special Orders Board. Und wir müssen gucken, was unsere Krieg-Quests machen. Pferd! Ich brauche dich! Jeder Minecraft-Spieler kennt das. Hanna, ich sehe gerade, du hast das Kuchensymbol. Was war das nochmal bei Twitch? Hast du jetzt bei Reddit bei der Kuchentag dafür, wenn sich deine Registrierung jährt? Zwei Dutzend Eier. Ja, komm, die Maden nehmen wir einfach mal. Hi Goku und willkommen zum Stream. Wo haben wir die Stattenschnecke? Da hast du jetzt bei... 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 Ist ja sogar die schöne Kaktusfrucht. Da bin ich überfragt. Ähm... So... Weg. Brauche ich die Auster? Oh, nein. Drink Hectus Juice, it's good. Was? Den kenne ich nicht. Meinst du, wir sollten Sam sagen, dass er nur ein unwichtiger NPC ist? Das wäre schon irgendwie grausam, oder? So, wir lassen den Paradiesvogel mal in Ruhe. Drei Tage in acht Tagen. Ja, das ist alles nicht sehr synchron. Ach, hier sind sogar noch mehr. Wir ernten einfach immer, wenn wir hier sind. Und was zum Ernten gibt. Also was jetzt irgendwie synchronisieren zu wollen, ist ganz Blödsinn. Das ist so eine allgegenwärtige Aufgabe. Theoretisch müssten wir eigentlich mal überlegen, ob wir noch einen zusätzlichen Schuppen bauen wollen. Aber ich weiß nicht, ob das so ein großes Ersparnis bringt, wenn man sowieso genug Ancient Food kriegt, dass man die goldenen und silbernen verticken kann und trotzdem mit den normalen dann trotzdem noch alles gefüllt kriegt. Also ich weiß nicht, ob dann die Profitmarge so riesig ist. So, können wir hier jetzt mal bitte... Ich will endlich diese ganze Artefaktgeschichte durchhaben. Aber irgendwie hier mit den Würmern haben wir es irgendwie nicht. Prismatische Scherben oder prismatische... Ich habe es nicht in mir. Ich habe es nicht in mir, nochmal diese 100 Joja Colas zu kaufen. Aber andererseits vier prismatische Scherben für eine fünf mehr. So, was auf die Tarotkorn kommen, kommen weg. Das ist in zwei Tagen durch. Pass auf. Müsste theoretisch genügen für das, was wir vorhaben. Wir haben Leo nicht beschenkt. Was haben wir am roten Sachen verschenkt bis jetzt? Ja, beim letzten Mal waren es Erdbeeren, oder? Und den müssten wir so viele haben. Warum ist noch einer? Was stellt Ancient Fruit eigentlich wieder her? Okay, du kannst sie gar nicht essen. Ähm. Pass auf, wir... Ne, wir gehen angeln, oder? Ja, das macht keinen Unterschied, ob wir jetzt Leo was schenken. Wir gehen erstmal kurz, gucken, dass wir die Brasse kriegen. Meine S4-Map könnte schaffbar sein, ohne einen Kill zu machen. What? Sandy. Ich weiß hier nichts, was blau ist, oder? Theoretisch zählt die als blau, oder ist das Cyan? Danke, Spiel. Danke, Spiel. So, Brasse erworben. Recht bräuchten wir für Christmas-Map-Anzeige. Hier, die könnte... Die würde passen. Also theoretisch könnten wir Ancient Fruit reinpacken, aber das ist eigentlich auch viel zu gut. Oh, ja, da sind eigentlich gar nicht schnellste Einheit im Spiel. What? Was tut man nicht alles für... Wie, Edelsteiner? Slots, nee, die sind für Key Münzen, nicht für Key Edelsteiner. Zertiere mal ein Dunel. Ja, gerne, dann war er noch recht viel Spam. Warte, willst du... Warte, resetet sich dadurch irgendwie die Lauf-Animation? Weil das wäre sehr seltsam, weil das hat keine andere Einheit. Der Zähler holt sich dann nicht ordentlich nach vorne. Passiert das nur, wenn man Spam klickt oder immer, wenn man einen Bewegungsverfehlt? Ich überlege gerade, ob das damit zusammenhängen könnte, dass die sich ja gerne mal an Küsten aufhängen. Oder warst du auf der Gamescom? Nein. Ne, ich war seit Jahren nicht mehr auf der Gamescom. Aber unter Umständen muss ich nächstes Jahr. Wobei, to be fair, also... ...auf die Gamescom zu müssen, ist, glaube ich, ein Problem, was manche Leute gerne hätten. Gebackener Fisch. Mag das irgendwer? Nein, nichts Besonderes, ne? So, was hat ein Gefühl, immer an gelben Items geopfert? Mein Teotisch könnten wir Gold nehmen, davon haben wir auch relativ viel. Zepp, hier, wir hatten Zepp genommen. So, wir haben grün, wir haben gelb, wir haben blau. Orange ist Kupfer, haben wir auch. Dann brauchen wir rot. So, eins, zwei, drei, vier. Lila brauchen wir. Zählt nicht Luxusgeschwindwachst sogar? Ne, zählt nicht, ne? Was haben wir für Lila gehabt? Was war da, Easy zu bekommen? Ich hab die Quest jetzt schon zweimal gemacht und ich kann's dir trotzdem nicht sagen. Warte. Valley Key Chrismatic Grange. Die Quest ist auch irgendwie sehr Refined Quads. Was ist das denn die, äh, hier, da ist die Wiki-Seite. Seltsamerweise fehlt hier, aber, ne, es ist unter Quests. Boah, ist das unübersichtlich teilweise. Äh, es gab doch extra ne, ne, Seite, wo genau das stand. Äh, es gab doch extra ne, ne, Seite, wo genau das stand. Amaranth, Amethyst, Beat, Buckmeat? Stimmt, Buckmeat haben wir gehabt, ne? Hier, das ist Lila. Hier, das ist Lila. So, boom. Boom, 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 boom. Boom und boom. So. Pferdepflöte wäre potenziell sinnvoll. Das hier wird langsam wichtig. Aber wir brauchen auch die, die Crafting-Rezepte. Ach stimmt, wir können ja auch jetzt, äh, hier, die verbleibenden, äh, Dinger für Kiedelsteine ausgeben. Exotisches Doppelbett. Also, für die Rezepte, das sind fünf Stück. 70, 90, 120, 140. 80. Okay. Okay. Ja, das ist mein, so ein bisschen mein Problem mit der Gamescom, ist halt, die Spiele, die du sehen willst, die wollen auch alle anderen sehen. Und dann, äh, bringt das auch, finde ich, nichts. Also, für, für so, ach, für Meet & Greets ist es schon irgendwie eine geile Location, glaube ich. Und wenn du halt wirklich irgendwie auch, äh, so für Presse und so, ja, aber ich finde, für, äh, für ein Allgemein, also, für Otto-Normalspieler ist, glaube ich, äh, interessanter, dann einfach auch wirklich andere Leute da zu treffen. So. So. Artifact-Spot. Gott, verdammt. Dafür, dass ich extra Archäologe hier drauf habe, ist das irgendwie nicht sehr effizient. So, wo ist Leo? Also, es gab tatsächlich eine Zeit, da bin ich jedes Jahr auf die Gamescom, aber, ich finde, also, es hat mir, ich bin tatsächlich auch immer relativ früh wieder gegangen. Süßen Opel, das kamen wir schon. Hey, du und Leines lieben das. So, pass auf. Eine Mango für Leo. Ich liebe es, ich werde es in mein Nest legen. Weißt du, bei den Entenfedern, da gibt das sogar noch voll Sinn. Hilft dem Mann im Zelt? Ja, würde ich ja gerne, aber das Spiel lässt mich ja nicht. Spiel sagt nein. So, ich weiß noch nicht, was ich mit dem Bananen im Moment machen möchte, aber, Bananenpudding. Es fehlt noch eine Tagebuchseite. So, die Leiste weiß ich jetzt gerade oben gar nicht, was sie will. Ich weiß jetzt eigentlich, wenn er die mal anteilt, Goose-Getten zu spielen. Ja, ist auch irgendwie ewig auf meiner Liste. Ich habe jetzt tatsächlich vorgestern Far-Alone-Sales gespielt. Wobei ich das Spiel, also, ja, ich hatte, finde ich, ein paar gute Ideen. Es gibt ja auch eine Fortsetzung, habe ich festgestellt, die ich auch bestimmt irgendwann mal spielen werde. Aber irgendwie, finde ich, hat es ein bisschen seine Zeit überschritten, finde ich, dafür, was es gemacht hat. Also, ich habe irgendwie mehrmals das Gefühl gehabt, das Spiel kann eigentlich gleich enden und es wäre zu viel ständiges Ende gewesen. Und dann ging es einfach weiter. So, komm, kriegen wir den einen Tagebuch-Eintrag noch? Oder muss ich dafür oben in dem Becken fischen, weil er zeigt mir hier die Chance gar nicht an? Da zeigt es irgendjemand nur kurz an. Hä? Ich darf hier nicht angeln? Nö. Aber man sieht, wie das Spiel überhaupt nicht klarkommt oben gerade. Vor allem, da, in diesem kleinen Pfützchen soll jetzt hier so ein Vieh sein. Vor allem, warum kann ich da angeln, aber links daneben nicht? W CD-Kive, wenn du da drauf bist, dann könnte ich millimeterick-Eintrag noch werfen, wenn du denn aufziehen kann noch bei der Außenordnung? Wie das ist ganz über die Außenordnung, ούμε, wie das nicht auch Sag mal, ich lass den gleich einfach entkommen. Also für das Vieh ist mir meine Zeit extra gerade ein bisschen zu schade. Oder müssen wir hier in der... Ich kapiere jetzt gerade nicht, wo dieser letzte Tagebuch-Eintrag drin sein soll. Oktopus. Den Tonfisch brauchen wir noch. Okay, Tonfisch haben wir sogar gehabt. Ich wollte gerade eins noch auf die Gitarre schreiben, aber jetzt bist du hier und ich bin beruhigt. Hä? Was ist das für eine Aussage? Mag jemand... Es liebt einfach niemand Bananen. Haben wir keinen Essig? Doch, haben wir hier. So, einmal gehen wir zu George. Aber ansonsten können wir im Prinzip jetzt eigentlich nur noch Checklisten abarbeiten und halt warten, dass wir Geld verdienen. Ich hab ne Frage nicht. Denkst du, wir haben noch Profi. So, wir schmieren ihm auch Honig ums Maul. Ähm, kochen. Was haben wir hier noch? Knuspriger Barsch. Da brauchen wir Forellenbarsch. Reizen in die Wöl. Regenbogenforelle. Das hilft nichts. Wir brauchen Fisch. Alles, was wir an Fisch kriegen können, brauchen wir. Das Bild-Gro-Skelett-Euer-Schale und Fass-Euer-Schale. Oh, meinst du... Und wenn ihr seid einfach an einem Schultag während der Schulzeit zur Games Convention gefahren. So, horisches Brötchen, das ist einfach eine Strandschnecke drin. Danke, Spiel. Blaubarsch. So, hier gibt es nur zwei Fischarten, die für uns interessant sind. Und wir können wahrscheinlich auch direkt... Echt, ja, nö. Brauchen wir für nichts. Ist einfach in der Grundschule nicht so ungewöhnlich, dass ihr Kind einfach mal für ein paar Tage entschuldigen. Ja gut, hier haben sich, überschneiden sich in aller Regel Gamescom und Sommerferien. Ich weiß jetzt auch, wenn wir jetzt stehen hier. Warum ist die draußen in dem Regen? Ja gut, dann störe ich dich mal nicht, ne? Habe ich jetzt gerade einfach eine Hafe rausgezogen. Ich habe einfach gerade eine Hafe rausgezogen. So, Untertitelung. BR 2018 Die Kamerafahrt hätte ruhig noch weiter gehen können während des Fades to Black. Ist sonst ein bisschen statisch. So, den Fisch brauchen wir auf jeden Fall. Das habe ich vorhin gesehen. Die Karpfen. Die Karpfen überraschend brauchen wir sogar vier Stück. Korellenbarsch. Die Karpfen. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Zwergwelt. Benötigen wir auch nicht. Komm, wir benötigen hier nochmal mindestens zwei Karpfen. Der Blitzeinschlag ist voll übertrieben. Okay. Dazu kann ich nichts sagen. Kaulbarsch. Äh, pass auf, wir lassen mal Farse mit seinem Inventar, weil davon brauchen wir eh wieder mehr. Okay. 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 Alright. Okay. Kuck. Ah, wir gehen mal gerade nach Hause. Wenn Kalkofe das noch sagt, kann das doch keiner ahnen. Also das müssen wir auch definitiv dafür sorgen, dass HGLG Oliver Kalkofe als Ansager hat, weil sonst wissen die Spiele noch gar nicht, was Sache ist. Pass auf. Hier, ich habe sogar Karpfen, sehr gut. Wo ist die Karpfen-Überraschung? Ich weiß vielleicht, was an Karpfen-Überraschung überraschend sein soll, weil es sind vier Karpfen drin. Tintenfisch-Ravioli, was soll das denn sein, oder haben wir das Rezept gar nicht? Karpfen-Überraschung, da. Wir backen nach Fisch. Knuspriger Barsch, hier. Plus 64 Magnetismus. Mag das jemand? Jodie liebt das. Uh. Okay, das heißt, wir müssen damit jetzt rumlaufen. Oh, sehr fies. Echt. Echt. Welts. Blau Barsch. So, die Strandstrecke für das komische Brüchen. Wollen wir Schattenmayonnaise? Warte, Schattenmayonnaise habe ich gemacht. Die müsste fertig sein. Barsch. Okay. Okay. So, niemand mag das komische Brötchen seltsamerweise. Ja, ich, der Sprecher, der Ratte aus Stronghold. Ich hab tatsächlich Stronghold 1 nicht gespielt. Ich hab nur Stronghold 2 gespielt. Ist das per KI-Stille? Nein! Nicht für professionelle Produktionen! Das war ja nur ein Vorschlag. Also, ja, das Ding ist, KI-Stilm-Imitation hat halt durchaus seine Gefahren für unsere Gesellschaft. Und es kann potenziell durchaus ein Werkzeug sein. Ich bin auch nicht komplett dagegen, aber gerade in professionellen Produktionen wäre es absolut unethisch. Und da werden wir als Gesellschaft uns auf jeden Fall auch noch klare Regeln für überlegen müssen. Ja, das muss kein Promi sein. Nee, auf gar keinen Fall. Was? Was kriegt KI? Ich sehe durchaus Gefahren im Einsatz von KI zur Stimmen-Imitation. Weil da wird ja immerhin auch Menschen ihren Lebensunterhalt verdienen. 1 auf den 2 Punkten. Hätten wir gestern mit ihm gesprochen, hätten wir den jetzt auf 10. Nein, das ist irre. Wir sind damit schon durch. Super Cucumber. Wo ich jetzt hier ewig Zeit investiere. Nee, von den Fischen fehlt uns hier gerade erstmal nichts. Würziger Aal. Wo gibt's Aale? Regnerisch. Frühling oder Herbst am Strand. Das haben wir uns jetzt gerade verpasst. Wir brauchen zwei davon. Wir müssen uns eigentlich echt hier durch die ganzen Dinger. Regenbogenforelle. Hatten wir die nicht vorhin? Sommer, 6 bis 19 Uhr. Hatten wir die nicht vorhin? Nee, das Wetter stimmte nicht, ne? Es hat ja geregnet. Okay, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall gleich wieder beim Fluss. Turnfisch, Tortilla, Rotkohl, Mayonnaise. Tortilla habe ich schon zwei hergestellt. What? Mayonnaise habe ich, glaube ich, nicht, ne? So, rote Platte, Rotkohl und Radieschen. Habe ich keine Rotkohl? So, da hätte ich vielleicht mal Rotkohlsamen. Hätte ich vielleicht mal irgendwie anbauen müssen. Straußenei. Wo gab's Straußeneier? Da, die Ostrich-Egg. Oh, wow. Also, die Location. Wir müssen diesen, wir brauchen diesen Tagebucheintrag. Weil, Oben, solange wir den nicht haben, bringt es uns auch nicht, die Lösung zu haben. Ah, nein, 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 nein. Wenn man da nicht immer so dem Zufallsfaktor ausgeliefert wäre. Senfkohl, Preiselbeeren und Artischocken. Eisewehr-Soße. Als ob wir die nicht haben. Lobster-Biske müssten wir nicht auch herstellen können. Aber da fehlt uns die Milch, ne? Und es fehlen zwei Rezepte ganz. Mango-Klebreis und europäisches Curry. So, Mango-Klebreis. Rezept von Leo. Ginger Island Resort für 2000. 3000. 23. Leipzig. Super. Der wird schon bald schnell gehen. Ich draußen war, muss ich durch Corona schließen. So, ihr sollt vielleicht mal Milch in den Kühlschrank stellen. Der Stall ist vielleicht nicht der beste Ort, um die aufzubewahren. Ich bin dagegen, dass Menschen die Rechte an ihrem Aussehen an ihrer Stimme verlieren. Sagen wir es so. Ich bin dagegen. So, was auch, wir müssen vielleicht auch mal die ganzen Gerichte, die wir schon haben, die ja zum Teil auch Bestandteile von anderen Rezepten sind, in den Kühlschrank legen. Was? Nein! Wir können mal grad checken, was die Fische wollen. Eine Nautilusmuschel. Habe ich sowas überhaupt rumliegen? Es gab bis jetzt nicht wirklich einen Grund, die zu behalten. Hm. So, und Kaktusfrucht. Ja, jetzt will ich auch hoffen, dass du die Hausarbeit schätzt. So, gebackener Fisch. Kekse? Ich habe Kekse noch nicht hergestellt. So, Porzilia. Aubergine-Pasern, Birchreiz, Eis. Bananen-Pudding. Fisch-Ravioli. Hä, wieso habe ich denn gar nicht den Fisch-Takot jetzt noch nicht herstellen? Was brauche ich dafür noch? Rotkohl und Tortilla. Wieso habe ich denn hier kein Tortilla? Wieso, warum habe ich angeblich noch zwei davon rumliegen? Habe ich die irgendwie unter den Ausrüstungsgegenständen gelegt? Hier habe ich noch einen Fisch-Takot. Hier kann doch... Hä? Hä? So viele Truhen habe ich doch nicht. Wenn er mir jetzt noch sagen könnte, in welcher Truhe das sein soll. Hoch. Katzenfisch. Da oben sind noch mehr Batterien. Warte. Ich brauche die Regenbogenforelle. Berge, Stadt und entdeckter Wald, Waldfluss. Genau, 13% haben wir hier. So. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, da ist die Regenbogenforelle. So, da ist die Regenbogen. So, pass auf, wo ist die Forellensuppe? Wie lange willst du noch streamen? Bis nach dem 14. Also ich mache immer eine halbe Jahreszeit pro Stream. Wir sind heute aber auch relativ langsam. Ähm, Moment, neues Angelgerät? Und dann müssen wir nach Ginger Island. Warte, Resort? Können wir hier schon... Hier, wir müssen gleich mal gucken, ob Gus hier ist. Weil das eine Rezept kriegen wir von ihm und das andere kriegen wir von Leo. Ähm, Leo ist oben. Also, weiß ich, in der... In der Hütte. Warte, was wir? Warte, was wir? Ja... Warte, was wir? So, das ist ein Musik. Warte, was wir? So, aber Level 7 erreichen wir bei ihm auch heute nicht mehr. So, Artefaktspots fände ich ganz gut. Schlangenwirbel, einer. Ja, wir brauchen aber zwei. Aber er sagt hier, er sagt auch nicht, dass wir es für das Ding brauchen. Also bei Ginger Island hat er die Sachen irgendwie nicht komplett drin. So, dann haben wir den Schädel. Ich meine, das ist auch nett. Da brauchen wir nur noch einmal den Wirbel. Bäh. Noch ein Schlangenschädel. Besse zwei Schlangenwirbel, ein Schlangenschädel fände ich wesentlich besser. Ich heiße. Ähm. toe. Schatz. Schatz. Ent Office. Schatz. Abf parece. Er zeigt die Chance, hat die meiste Zeit gar nicht erst an. Jetzt habe ich aber schon den dritten Schlangenschädel. Was soll das? Warte. Journal Scrap 10 Location. Woher ich jetzt hier? Found in order. Bomben und dann den Vulkan Dungeon. Das soll auch helfen. Okay. Also okay, wir müssen sie nicht unbedingt angeln, weil angeln ist hier ehrlich gesagt ziemlich kacke. Das Problem ist, dass hier die Ancient Fruits, also die ernten wir ja nicht richtig. Also nicht in dem Sinne, weil es ja nachwachsende sind. Deswegen hilft uns das auch nicht weiter. Fruitsch können wir nochmal mitnehmen. Ansonsten nehmen wir Bomben und jagen den Vulkan hoch, würde ich sagen. Das soll wohl mit die beste Möglichkeit sein. So, ein Teil noch. So, ein Teil noch. So, wie ist das? Oh, wundervoll. Was bist du? Alles klar. Nur Zeug, was ich eh schon habe. Hände, wundervoll. Mal. Hände, wundervoll. Wundervoll, wundervoll. Hier haben wir. In der Tat, ich habe den Teig, hier habe ich noch nicht. Hier waren wir. Los, du reibringst. Wundervoll. Wir wollen hier, Das erst mal kannst du nicht. Okay. Okay. Na komm. Dance Party in the Mines Das wäre einfach nur diese blöde Notiz Das wäre eine Aufnahme! Dann hätten sie eine Steine Dann hätten sie eine Skäne Die Steine Dann hätte sie ein Steine Dann hätte sie eine Steine Sie liegt So, komm her. Okay, da oben ist auch nichts Interessantes. Ich glaube auf Level 9 können wir auch ein Straußenei finden. Also gelegentlich. In der Chess, aber das ist ja auch nicht garantiert. Der Tagebuch-Eintracht für die Suche würde uns ermöglichen, ein garantiertes Straußenei zu kriegen. aber das ist ja nicht pudding. Sie heißt verschiedene Schusserieni. So mit einem Schusserien, ein Schuss muss man dann sein. Deine Entscheidung schon. Oh, so mit dem Schusserien auf den Schusserien. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, ist schon 11 Uhr. Das ist natürlich ungünstig. Da, da ist es. Wir haben es. Was ist er noch gar nicht, ne? Es fehlt, glaube ich, noch einer. Ne, Tagebuch. Okay, dann hatten wir ihn sogar schon. Wenn ich recht habe. Bäumene Walnuss und ein Straußenei. Mensch. Da haben wir doch mal was geschafft. So, haben wir den, ähm, Inkubator schon gemacht. Mit den Schleimeiern habe ich mich auch noch nie befasst. Gibt, glaube ich, auch keinen wirklichen Grund dazu. Konnten wir den Inkubator noch nicht craften? Ähm. Ostrich Egg. Recipe Source Professor Snail. Wenn der überhaupt noch wach ist, ist halt die Frage. Yo, er macht gerade einen All-Nighter. Ernsthaft? Also von ihm sollen wir das angeblich kriegen, aber hier sind, es gibt keine Belohnungen mehr. Ich sage jetzt nicht, wir brauchen das letzte Ding auch noch dafür. Aber ich sehe es auch nicht in meiner Liste. Och, Mann. Ist doch blöd. Wir haben das Ei. Das ist schon mal gut. Aber das alleine würde uns auch noch nicht helfen. Ich gehe also darauf hin, dass wir uns im Moment auch ziemlich, äh, also dass wir die Zeit im Moment ziemlich langsam fortschreiten, weil wir so viel Zeit in Menüs verbringen. Bis zum nächsten Mal. So, die sind im nächsten Stream irgendwann fertig. Ja, das ist eine gute Idee. Ich glaube, was wir auch schon mal tun, ist die Liste für Pierre holen. Ja, das ist eine gute Idee. 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 So, wir nehmen die Sternfrüchte. Ja, das ist eine gute Idee. 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 Um 13. Ich muss mit zu Alex. So, Pierre, wo bist du? Ich benötige deine Dienste. Pierre? Pierre ist einfach auf dem Resort. Natürlich, genau heute muss er da sein. Und niemand vertritt ihn an der Kasse. Bitte, warte, bitte platzieren. Oh, das ist, okay, das ist nice. Aber wahrscheinlich... Sie ist, aktualisiert sich die Liste dann schon am selben Tag? So, es stört übrigens niemanden, dass wir jetzt hierhin teleportiert sind. Und... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, jetzt gucken wir nochmal Die Abrechnung heute wird übrigens auch cool, weil es lüften über 700.000 sein So, Blumenkohl Dann Bohnen brauchen wir nicht Uns interessieren denke ich mal vor allem Mohn, Sommerschmuck, Tulpen und Wo ist es, Mohn, Sommerschmuck Rotkohlsaat, wollen wir auch ein bisschen Hürbis Ne, Aubergine Ich will Kürbis, nicht Aubergine wissen Nein Gottverdammt Aubergine müssten wir sogar noch haben Ja, haben wir Senfkohl Besitzt drei davon Süßkartoffeln Hallo Besitze ein und benötige sie auch für nichts mehr Weintraubensitzling So, Artischocken Sitzen eine Brauchen aber definitiv mehr Ich will kein Grasbündel Ich will kein Grasbündel So, das müsste es gewesen sein Ich will kein Grasbündel So, das wären in neun Tagen Also sogar noch in diesem Stream Aber wir hauen gleich noch Dünger drauf Und das hier kommt dann auch an Tag elf Aprikosen hieß es Brauchen wir für irgendwas Obstsalat Irgendwas, was wir jetzt noch kochen können Besitzt null Was brauchen wir für Tortilla Nice Wenn wir dann den Tortilla hier reinpacken Ist das auch schon mal erledigt Der Fischtacko war hier Dann brauchen wir uns dafür nur noch Rotkohl Wilder Meerrettich und Garnede Hab ich aber auch schon hergestellt Ahornriegel Ahornsirup Warte Das haben wir doch Nein, nicht Eichenharz So viel von dem Zeug Wir könnten dir doch noch so einen ganzen großen Schuppen mit Fässern füllen So, das Rezept für magischen Köder wäre natürlich jetzt hilfreich Ich glaube, das holen wir auch gleich schon mal Blumas wollte ich gerade noch Genau, ich wollte hier das Blumenfass craften Ja, natürlich geil, wenn das Blumenfass irgendwie die Funktion hätte Dass man das hier hinsetzen kann Statt der normalen Blume Dass es immer den besten Honig gibt oder so Ich meine, du kannst das glaube ich frühestens nach einem Jahr craften Also wäre es schon Was fürs mit bis late game Warte, ist Gas hier? Das eine Rezept kriegen wir doch von ihm Da müssen wir echt drauf achten So, was sagt der Tracker? 61% Wir haben 93% vom Versand Und 73% der Kochrezepte Jetzt sehen wir noch drei goldene Walnüsse So, Zauberköderrezept Radioaktives Erz und Käferfleisch Pass auf Alle gab's ja So, es muss regnen, ne? Wobei, ich glaube, ist das Spielt das beim magischen Köder noch Rolle? Ja Macht keinen Unterschied Das heißt, wir gucken mal kurz, ob wir ein bisschen Käferfleisch ranholen Wir haben ja sowieso noch die eine Quest Na, Chiklus Muschel, die wollte doch, äh Wollten doch die Fische im, äh, im Teich haben Alter, was ist denn los? Sonst müssen wir es forcieren Und jetzt kriegen wir es hinterhergeschmissen Und jetzt muss ich mal kurz leben, nur noch ein bisschen Ja, aber es ist wieder So, ist es genau Überraschung, die wir uns Und jetzt können wir es sagen Und dann können wir uns Schaden, dass es um hier sowieso wurde Und jetzt müssen wir es Wir wensen, die wir ein bisschen also können die Fische Und dann können wir uns 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 Und dann wenn dann einfach Na komm, gib mir die Leiter. Na komm, gib mir die Leiter. Na komm. Na komm, gib mir die Leiter. Na komm, gib mir die Leiter. Na komm, gib mir die Leiter. So, magischer Köder, denn wie wir sehen, Radioactivity is Magic. Danke für das, Lautilusmuschel. Ach ja, deutsche Artikel sind schön. Wo ist Sam? Sollen wir ein Kind adoptieren? Ja, können wir machen. Ich meine, wir sind praktisch Multimillionäre. Wenn dir was falsch angezeigt wird, ist seitdem ich weg bin, war nichts im Chat passiert. Nee, dir wird nichts falsch angezeigt. Das war ziemlich ruhig. So, ich will nicht den Fernseher checken. So, Sam. So, Sam. So, zwölf und vierzehn. Wir gehen einmal kurz auf Ginger Island. Und das wird das also die Stimmung für die nächsten Wochen sein. Tja. Tja. Kreative, du hast nichts dagegen von einem schwulen Pärchen adoptiert zu werden, oder? Hui, die Implikationen. Ja, die Implikationen sind, äh, ja, hui. Stardew Valley glaubt übrigens an Emanzipationen. Du kannst zwei Kinder haben und es sind immer Junge und Mädchen. So, das ist, das hatte ich befürchtet mit, wegen der Magic Bait. Guckt euch das an. Das, das ist ja ein Roulette-Rad hier. Und wir brauchen zwei Erfolge mit, äh, den Ahlen. Und magische Köder haben keine Chance auf doppelten Ertrag. Das wäre natürlich auch noch cool gewesen, wenn man die magischen Köder noch irgendwie mit dem, mit der normalen, äh, Wild Bait irgendwie craften könnte. Ich weiß ja nicht, ob das Worf wäre. Wobei für so einen Fall wäre das eigentlich schon ganz hilfreich. Wäre ja schon fast, dann müsste ich so etwas Mädchen nach mir benennen. Ja, das habe ich auch schon überlebt. Ich höre, dass der Erfolg mit Ahlen im höheren Alter nachlässt. Ja, zum Glück sind wir ja noch jung. Da ist ein Ahl. So, wahrscheinlich war das dann auch mit dem Streamer-Glück jetzt. Und die restlichen 48 Köder kriege ich keinen einzigen Ahl. Irgendwas ist auch gerade passiert. Ich glaube, ich glaube, es war ein Fangrekord, also, von der Größe. Was halt auch nichts bringt. Ist ja schön, dass du mich wohl nicht nur in Minecraft ersetzen wirst, sondern auch in Stardew Valley. Wie soll ich dich denn in Stardew Valley ersetzen? Du bist doch in Stardew Valley gar nicht drin. Ich höre, ich gehe. 20 what? Hä? Ok Ok bei dir geht alles ja bei dir geht alles das ist korrekt bei dir gibt es nichts was es nicht gibt demetrius was machst du denn hier sind ja jetzt sogar 20 jahre alt das stimmt blunder oktopus tintenfisch sardine seegurke buntbarsch ist aber nichts eine ausgabe fischeintopf für gas das ist einfach durch vincent durch wie kann ich eigentlich 20 sein war ich nicht vor kurzem noch 12 oder so dass das weiß ich nicht ja 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 noch sind da danke für das primeabo da muss ich dich wohl mal auf die baumliste setzen Maximum Disperspektive, wenn man nicht mal das Kollisionsmodell von jedem respektiert. Tja, so ist das Leben, wenn man ein NPC ist. Ähm, ganz ehrlich, ich brauche nicht mehr Tarotknall. Sardine, Flunder und Barsch, Speiserturm auch noch. Der Frage nach dem Alter Antwort ist einfach klassisch mit schon fast zwölf. Das stimmt, das geht immer. Das stimmt, das geht immer. Komm schon, ich brauche noch ein Aal. Komm schon, ich brauche noch ein Aal. Naja gut, in Minecraft gibt es ja schon das Creative Kollektiv. Das muss doch noch ein bisschen wachsen, aber es existiert. Ey, ich sag's ja, das mit dem Streamer-Glück ist vorbei jetzt. Den zweiten Aal kriegen wir nicht mehr. Ja. 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 Öfff. Entschüss. Wurscht. Das stimmt, Wurscht. 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 Wie viel Shit müssen wir hier noch angeln? Wie viel Shit müssen wir hier noch angeln? Meinst du, die werden eine Zeitjacke für mich brauchen? Naja, bist du eine Gefahr für dich oder andere? Das ist doch die Frage. Das ist eigentlich vor allem für dich, weil... Also Zwangsjacke ist ja vor allem eigentlich eher um die Person vor sich selbst zu schützen. Okay. Okay. Das war's für heute. Ich überlege gerade, ob Stardew Valley vielleicht irgendwie cool wäre, wenn man mit Skilled XP noch irgendwas machen könnte, nachdem man Level 10 erreicht hat. Weil allein wie viel Angel-XP ich hier kriegen muss. Meine Angeln würde sich sogar fast schon anbieten, dass es da noch irgendwie inoffiziell irgendwie höhere Level gibt, mit denen man halt nochmal ein paar kleine Upgrades freischalten kann, wie zum Beispiel eben, dass die Leiste größter wird. Spiel, gib mir den Aal. Also 9% Chance. Das kann doch nicht sein, dass wir jetzt nur einen Aal aus 50 Versuchen rauskriegen. Also sein kann es schon, weil, ne, Zufall und so, aber trotzdem. Hoffentlich doch, wäre doch voll witzig. Na gut, Zwangsjacken sind nicht nur in der Psychiatrie beliebt. Vielen Dank. Das war's für heute. Oh, die Bewohner dieses Meeres müssen auch so verstrahlt sein am Ende. Oh, das war's für heute. Oh, das war's für heute. Oh, das war's für heute. Sie vermehren sich schneller, als ich sie töten kann. Oh, das war's für heute. 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 Oh, das. Oh, das war's für heute. Oh, das war's für heute. Ich muss mir mal gucken, wann das fertig ist, also der Hopfen. Jetzt haben wir am zweiten Tag gepflanzt. In sieben Tagen, dann ist das... Wurde das vielleicht schon geerntet? Nee. Nach elf Tagen, danach täglich. So, wir haben zwei Gerichte mit Aal. Würziger Aal und gebratener Aal. Das eine gibt Glück, das andere gibt Glück plus Geschwindigkeit. Ist das hier nicht im Grunde genommen dann eins zu eins besser? Der Unterschied ist nur, dass man Öl gegen Peperoni tauscht. Wie kann ich denn da noch im Chat schreiben? Hm. So. Wochen. Was haben wir noch? Wir warten auf Room Coal, da kümmern wir uns drum. Pastinaken mit. Wieso kann ich Pastinaken so? Pastinaken müsst ihr doch haben. Keine Pastinaken mehr? Ich habe keine Pastinaken. Das kann aber nicht sein. Ich muss noch Pastinaken übrig haben. Ich habe keine Pastinaken übrig. Wieso hat denn... Warum hat mir das... Ist das denn bei Pierre nicht angezeigt worden? Dass ich die noch brauche? So, Pastinaken-Suppe. Dann Gemüse, Eintopf, Tomaten und Rüben. Muss ich doch beides haben. Tomaten habe ich hier. Radieschen, Rhabarber, Radieschen. Wo sind Rüben? Setzt null davon. Oh, das waren doch die. Das waren die hier. Wo gab es die? Das waren Beats, richtig? Das waren die, wo wir ewig rausgefunden mussten, wie das... Wo die herkommen. Muss man eigentlich aus der Oase holen, oder? Ich meine, da müssen wir sowieso nochmal hin. Oasis, ja. Großes Eigo. Normales weiße Hühner, ein großes Eigo. Haben wir keine weißen Hühner? Müssen doch weiße Hühner haben. Ohne Scheiß, wir haben einfach kein einziges weißes Huhn. Das ist natürlich nicht gut. Äh, hier ist das Straußenei. Helles Bier. Poppen. Gealterter Fischlaich. In dem Einmachgefäß. Ich hab doch vorhin hier Fischlaich irgendwo reingelegt. Nee, das ist Störlaich, ne? Ähm. Ja, alle anderen Fische produzieren nämlich diesen Laich. Wunderbar. Ähm. Fischpond. Was brauchte man da für alles? Brauchte Seaweed, Green Algae. Seaweed hab ich gar nicht so viel. Ja, aber ich mir denke, was soll das? Ja. Fischpond. Ach Mist. Davon haben wir gerade nichts mehr. So, wir brauchen nur einen von denen. Der Suggester hat zwar wahrscheinlich die Quests, aber sei es drum. Du wirst langsam erschöpft. Oh nein. Der Fisch will nicht in einem Störteich leben. So. Okay, die Emote. Ich habe nicht so viele Emote Slots. So, das brauchte ich eigentlich gar nicht zu wissen. Wir fühlen uns gesund. Ja, dann produziert bitte mal Laich. So, was machen wir heute? Geil, das hat er Fisch gleich. Genau. Heenrose. Okay, müssen wir gleich holen. Hier, Tee hatten wir angepflanzt, ne? Sind doch hier unten die Bäume. Gäste. Und da. Gäste. Ja, ich bin. Solti. Ich bin. Du, 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 du. Ich bin. Gäste. Ich bin. 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 So, dann was brauchen wir noch? Grüner Tee. Tee Blätter. Radioaktives Erz. Das können wir auch gerade verticken. Wir haben schon fast alles geliefert. Pierre, hör auf, deinen eigenen Bestand anzuschauen. Das kostet eine Million. Brauche ich aber eigentlich überhaupt nicht. Pierre, beweg dich. Kann ich, kann ich ihn, kann ich ihn kreaten? Na also. Er hat sich endlich entschieden, dass er sich seine Lebensunterhalt verdienen will. So, passt auf. Passt die Naken. Dann die Feenrose. Onkel Putin freut sich für das Uran-235. Ach. Ganz ehrlich, äh, die Ferngerepotentwick ist sowieso im Krieg. Also ich glaube, dass sie hier ein bisschen drauf achten wird, äh, dass radioaktives Material nicht, äh, auf dem Schwarzmarkt landet. Und ja, die Welt hier ist im Krieg. Leo? Leo müssten wir euch heute wieder beschenken können, ne? Die Woche fängt fürs Beschenken nämlich immer am Sonntag an. Das ist so seltsam, weil für alle anderen Zwecke fängt es am Montag an. Oder für fast alle anderen Zwecke. Versteinerte Rippen. Danke, die brauche ich nicht. Wo ist Leo? Hilf dir mal im Zelt. Ja, danke, das weiß ich auch. Das weiß ich auch. Komm schon. Wo sind Würmer? Wir wollen Würmer. Wir wollen nur die Wir wollen die Wir wollen die Wo ist Leo? Leo ist... Hä? Wo ist Leo? Ja, ich habe den Laden in den Schuss gebracht. Ich. Ganz alleine. Ist der eben beim Schreien da drüben? Was machst du denn hier? Wo ist Walter? Nee, Walter kann mir gestohlen bleiben. Ich habe nicht das Gefühl, dass es im Moment etwas gibt, was wir hier groß tun können. So, wir können... Wir müssen zu Marni. Wir müssen weiteste Hühner besorgen. Aber ich glaube, ansonsten müssen wir jetzt echt anfangen, dass wir Tage skippen. Blaues Huhn ist auch okay. Die legen auch weiße Eier. Aber das Ding ist, dadurch, dass ihr das Spiel nicht fragt, was für Hühner du haben willst, sondern dich vor eure Tatsachen stellt, finde ich, macht das auch nicht deutlich, dass es eine Rolle spielt. Lass auf, wir räumen mal kurz hier ein bisschen auf. Weil das können wir sinnigerweise hier noch tun, aber ansonsten sind wir jetzt eigentlich nur noch auf Sachen an Wörtern. Das heißt, wir müssen die Tage eigentlich gar nicht so lang ziehen. Das heißt, wir müssen die Tage gar nicht so lang ziehen. Das heißt, wir müssen die Tage einfach swimmer. So, einmal alle Wanderfellen. Und niemand fragt, wie geht's Walter? Ja, das ist stimmt. Alle fragen immer nur, wo ist Walter? Aber nicht, wie geht's Walter? Geht es Walter überhaupt gut? Will Walter überhaupt noch? Warum versteckt er sich eigentlich dauernd? Jetzt Asterix, das Obelix, klar. Ich kannte die Hefte mal auswendig, mehr oder weniger. Warum versteckt er sich immer im letzten Turm des Gegners im S4? Ja, er will halt auch leben. Noch. Aber hat das in einen Sinn? Weil so richtig entkommen kann er ja nicht. Hier fixen wir ab. Stimmt. Das war vor einer Weile auch noch eine Frage in Gefrag gejagt. Eine Quizshow, die ich übrigens absolut schrecklich finde. Das war's für heute. Ja, die Frage kam da tatsächlich. Irgendwie welcher Hund reagiert panisch, wenn Bäume gefällt werden oder sowas. Irgendwie in der Richtung war es. So, benötigen wir jetzt noch irgendwas besonderes beim Kochen? Ich schocke, das haben wir, haben wir. Also ich habe mich überrascht, dass wir keine Preiselbeeren haben. Preiselbeeren hätte ich holen müssen. Weil die haben wir ja nur hier reingeballert. Grünkarotte, Aubergine. Grünkarotten haben wir. Aubergine haben wir auch. Brot haben wir auch. Wenn ich einer der Galia wäre, was ist ja deiner Name. Elementix? Elementix? Also nicht viele, komme ich zu. Ich hatte doch, ich hatte eine Zeit lang mal alle. Alle 33 oder was, wie es vieles zu der Zeit gab. Rote Platte, Blaubeertörtchen. Aselnuss. Bergarbeiterleckerbissen, das kann ich auch regeln. Kühlkaroten kann ich generell mal in den Kühlschrank legen. Äpfel. Eine Venusmuschel. Eine Venusmuschel. Brauchten wir nicht die Venusmuscheln auch für den, hier, die brauchen wir doch sowieso für den, äh, für das Strandding. Gemüsepfanne. Ah, die Schockendip. Hier, Bergarbeiterleckerbissen. Irgendwas hatten wir gerade doch noch gehabt. So, Äpfel müssen wir holen. Besucher. Ah, locker. Ich habe gerade die Bomben mit den Äpfeln verwechselt. Das ist natürlich auch ein Problem. Welches Unkraut? Ich habe vorhin alles beseitigt. Was heißt denn das Unkraut hat Schäden angerichtet? Jetzt ist auf einmal hier wieder alles da. So, Thunfischleich. Dauert das drei Tage, okay. Gottverdammt. Wird Gas heute auf die Insel gehen? Das wäre wichtig. So, pass auf. Was brauchen wir denn für die letzten Gerichte da? Kokossoß, Mango und Reis. Ananas, Kokossoß und Kakaromi müssten wir haben. Konnte man Reis nicht sogar direkt kaufen? Ja, hier ist zahlende Kundschaft. Ja. Er ignoriert mich einfach. Ach, dann mache ich mich halt hier Ramadanerfrau ran. Das Spiel lässt sich ihn nicht schlagen. Das Spiel ist fies. Das Spiel ist fies. So, Preisebärsaat. Reis haben wir. Das heißt, wir haben sogar alles, was wir für die zwei Rezepte benötigen. Hallo, Gas? Sam müssen wir immer schön beschenken. Ähm, Sam? Wo ist Sam? Ich muss noch in die Oase. Warum sagt das denn keiner? Okay, Sam besucht einfach seine Familie. Wie kann er es wagen? 是不是 etwas? Toch! Wionen! Wionen! Bitte! Wionen! Wionen! Okay, ja, die Kaktusfrucht war ich nicht für dich gedacht, aber gut. Zum Glück war es nichts Wertvolles. Okay, wir haben einfach gerade random den letzten Stardrop bekommen. Ich dachte eigentlich, dass das ein Event ist am Anfang des Tages. Damit haben wir alle Stardrops. Damit hat Sam seinen Zweck erfüllt. Welche komme ich von Asterix und Umelix hat dir besonders gefallen? Ich meine, es gibt ein paar Klassiker, die sind generell zu den besten Trabantenstadt war. Ja, mit einer der besten, der große Graben. Boah, was gab es noch? Ich muss gerade überlegen. Ich habe die sogar noch hinter mir im Regal stehen. Also schräg hinter mir. Aber ich habe jetzt gerade hier nicht alle im Kopf. Oh nein, ich will doch einfach nur... So, hier sagen sie rote Beete, aber hier machen sie siehe rüber. Das ist natürlich absolut sehr, sehr toll. Lass mich mal überlegen, welche gab es noch, die mir wirklich in Erinnerung geblieben sind. Obelix, GmbH und Co. KG ist ein ziemlich guter... Was ist hier schon 38? Ja, das war ja ein Film. Das war ja ein Asterix-Eroberdrom. Ja, das Haus, das Verrückte macht. Das war ja ganz echt... Hier, die Kaffee-Bohnen habe ich nie gebraucht. Der Koch ist doch vielleicht nach der Vorspeise abgehauen. Ähm, ja, da war doch irgendwie was, ne? Ich erinnere mich aber gerade nicht mehr. So, Venus-Muschel war für Fischsuppe. Tierprodukt. Also Tierprodukte müssten wir doch eigentlich genug hier haben. Fischeintopf ist nicht das gleiche wie Fischsuppe. Wo soll denn hier die Fischsuppe sein? Hä? Porellensuppe? Ich seh's gerade absolut gar nicht. Fischsuppe, hier. Boom. Das wird dem passiert schon am 38. Das stimmt. Oh, rate mal, was ich vorher nicht geholt habe. Sternfruchtsamen. Erstmal. Wenn mir die Fischbrich Untertitelung des ZDF, 2020 So, hier sind im Moment nicht so viele Leute. Das heißt, wir werden wahrscheinlich die Nächte erstmal weitgehend auf Ginger Island verbringen. Vor allem, wir haben... Wir haben... Uns fehlen nur noch die... Tatsächlich auch nur noch diese drei goldenen Walnüsse. Verdammt, wieso bin ich schon wieder in die Wüste gegangen? Zum Glück ist der Bus auch immer schön hier. Untertitelung des ZDF, 2020 Schlafen ist in Stardew Valley überbewertet. Ja, bis du halt an dem Punkt bist, wo du halt wirklich nur noch wartest. Okay, Linus weiß genau, was er tut. Und... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich meine, das ist auch nicht richtig Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, dann wohnt Leo jetzt auch bei uns im ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Komm schon Es gibt eine Kree-Quest, die wir vielleicht machen können Ist das sein Scheiß-Ernst? Ähm, nein, keine legendären Fische und auch Nein, nicht Level 100 der Schädelöhle ohne was zu essen Fuck off So, warte, ist Leo noch offiziell hier? Leo, nee, Leo wohnt jetzt, äh, bei Linus Das ist ja, bei Linus So, wir ernten morgen, da ist das alles schön synchronisiert Okay, hier haben wir kein Glück 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 Okay, hier haben wir keine Auskünfte Okay, hier haben wir keine Auskünfte Okay, hier haben wir keine Auskünfte Wofür es sich so richtig lohnt Jetzt irgendwie, äh, die Tage wirklich zu nutzen Das heißt, wir erinnern unter Umständen jetzt gerade bei dem Plan Und spielen durch die, durch die komplette Saison Ich habe aber, ich sehe meine Zweifel, dass wir es heute schaffen Wirklich alles durchzuziehen Einfach vom Geld her 100 Ingwer Ja, wir haben ja schon die Belohnung davon Aber wir können es trotzdem mal annehmen Wo fährt? Wir können das Pferd nicht auf die Insel mitnehmen Wir können das Pferd nicht auf die Insel mitnehmen Aber wir können das Pferd nicht auf das Pferd nicht machen Ich kann die Gesetze der Physik nicht verändern. Ich glaube, wenn ich die Pferdeflöte hätte, würde es gehen. Aber ich brauche die Kieh-Edelsteine schon für die Crafting-Rezepte. Ich brauche die Kieh-Edelsteine schon für die Kieh-Edelsteine. Ich brauche mehr Inga. Ich brauche die Kieh-Edelsteine schon für die Kieh-Edelsteine. So, am 13. müssen wir uns merken, ist der eine Geburtstag. Okay, in neun Tagen. Danke, Demetrius. Das Luau, das sollten wir ausnutzen. Okay, die sind jetzt nicht synchron, aber das ist okay. Eigentlich ist es total unnötig, jetzt die Sternfrüchte zu ernten. fällt mir auf, weil wir haben ja sowieso die, äh, die, äh, die Ancient Früchte ernten. Weil wir haben die Sternfrüchte jetzt auf dem Hof, die jetzt einartereif sind. Dann benutzen wir sie, w Eyjall. Okay, das ist doch wieder. Okay, das ist doch wieder. Okay, das ist doch wieder. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich habe schon mehr Toll, ich habe gerade meine Katzenohren wiedergefunden Deine was? Ich habe gerade meine Katzenohren wiedergefunden So, warte, Ancient Fruit Gelee? Nein, Ohren in Katzen Oh Fisch, ein halber Katzenanzug, nur die Katzenohren fehlen Die waren das einzige, von was ich benutzen wollte Was? Was? Ähm, oh, okay, die Juni mussten schon dabei. Mach weiter, Sklave. Okay, da will jemand die Welt brennen sehen. Hör auf rum zur Stehensklave. Sklave, arbeite und lass mich hier meinen Job machen. Oh, 1-6 darf bitte gerne die Juni muss ein bisschen weniger hakelig machen. Was tut er da? Willst du arbeiten und nicht rumstehen, die bestellt und nicht abgeholt? Oh, okay. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Na komm, geh voll Na komm, geh voll Ah, ich hab zu wenig Sternfruchtsamen gekauft vorhin Oh ne, ich hab noch in der Kiste, ne, wie er das Ich hab noch in der Kiste, ne, wie er das Ah, ich glaub, es könnten sogar ruhig noch ein paar mehr sein Ich hab noch in der Kiste, ne, wie er das So, morgen müssen wir uns um Ancient Fruit Wein kümmern Ich hab noch in der Kiste, ne, wie er das So Oh So, Gas darf gerne mal hierher kommen Oh So, hier versuchen wir jetzt mal irgendwie alles ein bisschen synchron hinzukriegen Oh 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 Nein, hier ist nichts. So, wir gucken mal gerade nach. George, Alex, Sam, Demetrius. Ein Zwerg ist schon auf 10. Leo hat am 26. Willi auch. Willi ist auch noch nicht auf 10. Ich dulde keine geschlossenen Türen in dieser Stadt. Wann kommt das endlich an bei euch? Stimmt, das Community-Upgrade könnte man auch noch machen. Aber es kostet wieder zusätzliches Geld. Sollen wir das gleich mal in Auftrag geben? Slow-Au hat begonnen. Achso. So, ja, gut, dann ist das halt jetzt. So, ja. So, ja. So, ja. So, ja. So, ist Leo eigentlich. Ach, ja. Leo ist auch hier. So, ja. 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 So, dann haben wir das nämlich auch. Wie viel sind die hier wert? Wir haben ja auch schon mal 400.000, einfach nur an und für sich. So, ist das schon alles eingerechnet, was wir jetzt durch das Luau bekommen? Ja, wir haben da jetzt überall plus ein Herz, glaube ich. Bis auf Leo. Das betrifft anscheinend nicht alle. Geilte Tattoo und Fischleich. Ja, Moment. Den müssen wir nämlich noch einmal verticken. Ihr habt aber noch nicht geleicht. Dreimal Treibholz. Das Zeug wirft man sonst immer weg. Ganz ehrlich, da, so wie Stardew Valley von einem erwartet zu horden, hat man das Inventar, finde ich, im Vanillagame gar nicht. Hat das Unkraut? Gerade mein Crafting-Table zerstört? Das ist nicht sein Scheißernst, oder? Spiel? Das finde ich nicht lustig. Das ist nicht lustig. So, Bingo. Jetzt auch noch. So, Bingo. So, das heißt, wir holen nochmal hier die Steinfeuerschale. Das Rezept brauchen wir noch. Möbelkatalog. Natürlich fehlen mir genau elf Holz. Wait. Das Rezept brauchen wir noch. So, dann setzen wir die wieder hier hin. So, jetzt ist hier einiges fertig geworden. So, jetzt ist hier einiges fertig geworden. So, jetzt ist hier einiges. Okay, das hier ist noch nicht so weit. Hoch. Feuerstein, lass mich zum Telefon. Hat sich um eine vorab ausgezeichnete Botschaft in einer Fremdsprache. Du kannst sie überhaupt nicht verstehen. Okay. Weird. Und überhaupt nicht Sass. So, Pastinakensuppe. Fisch-Taco. Rote Platte. Irgendwas hier von... Hier, Kohlsalat. Kommt, Quatsch. Wir müssen auch mal gerade schauen, was uns beim Telefon war. Einer, der dir einen Sockenkläst mit abbiegen wollte. Ja, stimmt. Das war eine seltsame Mail, die ich heute bekommen habe. Sehr schwankend von der Professionalität her. Ich konnte die Firma nicht ausfindlich machen. Die E-Mail-Adresse wirkte ein bisschen seltsam. Und aufgrund des Contents, den ich mache, hielt man mich für die idealen Kandidaten, um Socken unter die Leute zu bringen. So, Pepper Wrecks. Die brauchen wir noch. Aber ich setze habe es noch überhaupt nicht gesehen. Ach so, das Placement würde ich ja gerne sehen, wie du das auch probierst. Ähm, pass auf. Wir müssen in die Schädelhöhle. Ich würde aber an einem guten Tag in die Schädelhöhle gehen wollen. Wir müssen auch unbedingt diese Monster farmen. Ja, ist das heute sehr glücklich? Okay, dann gehen wir. So, ich glaube, das ist jetzt aber der falsche Tag, ne? Ja. Ist es. So, uns geht es nicht um irgendwas Besonderes. Wir wollen einfach nur prähistorische Ebenen finden. mit Dinosauriern, die wir abmuxen können. Das war's für heute. 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 so alex jetzt eine bessere methode okay es gibt stardew valley predictor um das rauszufinden aber hier habe ich sie reingetan so 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 wir müssen unser inventar wirklich mal ausmisten so heilbutt warum tragen wir das noch mit uns rum nein sehr gut steine benötigen jetzt auch nicht mehr akut ganz ehrlich joe so 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 Vielen Dank. Komm schon. Also das wird noch ein absoluter Spaß, dieses blöde letzte Teil zu finden. Das Ding ist, dadurch, dass ich hier halt meine Farm habe, das ist halt echt fehlkonzipiert, werden halt viele Spots schon geblockt. Irgendwie donnert es in letzter Zeit ziemlich oft hier. Gibt das Geld? Nein, nicht wirklich. Ja, nicht wirklich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Je nachdem, was der 14. jetzt macht, gehen wir nochmal in die Schädelhöhle So, was ist hier? Das ist in sechs Tagen Sam, noch mal eine Kaktusfrucht Aber ansonsten gibt es gerade nicht wirklich was, was wir tun können Okay, wir haben offiziell 10 Millionen Gold verdient auf diesem Speicherstand Wer oder was ist in dem Bunker? What? Ich mein's in der Kanalisation Geistert sind heute genervt, okay, also keine Schädelhöhle heute Blumenkohl Blumenkohl So, wo verbrauchten wir die Rüben? Gemüseeintopf Ähm, ja, in der Kanalisation wohnt Krobus, ein Schattenmonster So, hier unten müsste dann selber was durch sein Okay, die Blaubeere müsste sogar schon einmal geerntet worden sein Hopfen Hä? Ernst, nach drei, okay, nach 13 Tagen Wir müssen noch 15 Hopfen liefern Und dann machen wir daraus einmal ein fast helles Bier So, wir brauchen das einmal für Pam Und einmal zum Verschiffen Warte, wir müssen noch einmal zu Leo und einmal zu George Komm, wir nehmen das Pferd Und dann müssen wir noch einmal auf die Ingwerinsel Und zum Strand Wir müssen noch ein paar Muscheln holen Wo ist Leo? Leo ist auf dem Weg zum Strand Das trifft sich gut Boah, diese Mod, dass man auf der Minikarte die Leute sehen kann Ist so ein Segen Sieht man hier schon was? So, Penny hat Nicht Penny, Robin hat einfach angefangen Auf dem Trailer rumzuhauen Und Pam hat wahrscheinlich einfach Wurde wahrscheinlich gar nicht erst gefragt So, wir müssen noch ein Segen So, wir müssen noch ein Segen So, wir müssen noch ein Segen Ich weise darauf hin Das Bild von Alex als Baby, was hier gerade durchgeflogen ist Sieht eins zu eins aus wie die Ancient Doll Die, die man mit dem örtlichen Bauern bespricht Ja gut, wie gesagt, es sind ja alle für uns am Simpen hier Ähm, hier, Moment Sammlung, Artefakte sind wo? Hier Ist nur gespiegelt Also der Kopf muss in die Richtung Sonst ist es fast genauso Wieso ist der Strand plötzlich so leer, gefühlt Wasserobelisk So, bei dem müssen wir auf jeden Fall noch bauen Dafür brauchen wir die Venusmuscheln Gut, Korallen nehmen wir bei der Gelingheit auch mal mit Aber von denen haben wir eigentlich, glaube ich, genug Hier sitzen acht Venusmuscheln Jetzt auf einmal, wo sie wir brauchen, sind sie nicht da Also wie schlimm sollte das dann erst mit Stadio Valley expanded sein? To be fair, da würde ich nicht hingehen und auf Perfektion gehen Kannst du auch das ganze Dorf einheiraten? Ähm, was du machen kannst, ist alle nacheinander heiraten und sich wieder scheiden lassen Dass möglichst keiner mehr zu deiner Hochzeit geht Daraus machen sich manche Leute einen Spaß Ich hab Wie auch einfach hier Was ist das hier für ein Ort, dass hier einfach Bäume aus dem Nichts erscheinen? Wenn es so weitergeht, muss ich eigentlich auch die Steingeschichten immer darauf mit mir rumschleppen Das ist eigentlich nicht so in der Sache So, Ginger Island Oh, es regnet War ich schon hier? Oder ist das noch von gestern? Ich bin mir sicher, dass wir hier heute noch nicht waren Kann ich hier oben eigentlich auch was generieren? Ich glaube nicht, ne? Weil hier keine offene Erde ist Höchstens auf dem winzigen Fleck da Aber wirkt dezent Nicht so Als, äh Als würden wir heute noch was erreichen Aber ich würde den Stream jetzt nicht verlängern Aber ich würde ab jetzt wahrscheinlich einfach sagen Für die zukünftigen Streams Ähm Ist die 14-Tage-Regel halt In dem Sinne aufgehoben, weil Wir die Tage nicht mehr voll nutzen werden Also wir sind jetzt wirklich eigentlich nur noch wirklich drauf am warten, dass irgendwelche Pflanzen nachwachsen Wir müssen Geld grinden Und das war's eigentlich auch Wie gesagt, wir müssen halt gucken, dass wir die, ähm Hier diese, äh Diese eine, äh Diese eine Schlangengerippe da noch finden Wir müssen auch die Villager irgendwie alle auf 10 kriegen Das ist aber jetzt eigentlich auch in den letzten Zügen Hier Pierre, Caroline und Leo Das war's Die drei noch Und die sind eigentlich alle nur noch so einen Geburtstag entfernt Und eben Wir müssen noch die Dinos farmen Ähm Dafür müssen wir halt dann immer, wenn, äh Ein Glückstag ist, dann gehen wir einfach in, in Skullcavern Also je nachdem Wie der Zufall uns mitspielt Könnten wir Perfektion im nächsten oder übernächsten Stream erreichen Ich bin mal gespannt Aber das machen wir nicht mehr heute Wir sind jetzt schon viereinhalb Stunden dran Ich danke fürs dabei sein Und wir sehen uns dann wahrscheinlich am Donnerstag zu Minecraft Und vielleicht am Samstag dann für ein weiteres Siedler-Longplay Was sich da eine Gelegenheit ergeben hat Bis dahin